1.21 Uhr 57, Novak Djokovic, Kevin Anderson 6 zu 2, 0 zu 0, 2 Meter hinter der Grundlinie stehend, muss Anderson den Ball in Schieflage spielen und buxiert das Spielgerät einen Meter hinter die Grundlinie. Auch beim nächsten Ballwechsel hat er das Nachsehen, weil Djokovic die Kugel mit starkem Vorhandspin noch irgendwie in das Feld bringt. 0.30 Uhr 21.56 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 6 zu 2, 0 zu 0, es bleibt abzuwarten, wie der 2- und 30-Jährige nach diesem Nackenschlag zurückkommt. Um eine Chance zu haben, muss sich Anderson auf seine eigenen Stärken konzentrieren und ein dosiertes Risiko fahren. Sobald sein Gegenüber die Mühle angeschmissen hat, ist es vorbei. 21.51 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 6 zu 2 Spiel und erster Satz, Novak Djokovic. Nach nur 40 Minuten tütet der Favorit den ersten Durchgang mit 6 zu 2 ein und steht mit mindestens einem Bein im Endspiel der ATP Finals 2018. Hier und heute scheint sein Gegner wenig bis gar nichts entgegensetzen zu können. Das muss leider so klar formuliert werden. Der Val Monegasse hat die bessere Länge in den Schlägen und steht bei 4 Winnern und 8 Fehlern ohne Not. Hier kommt Anderson auf 10 direkte Gewinnschläge und 18 Unforsterras. Zudem ist die Aufschlagquote des Finalsdebütanten noch zu gering. Djokovic hat nur 5 Punkte bei eigenem Service abgegeben. 21.50 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 5 zu 2 Überraschend ist der klare Spielverlauf nicht. Der schnelle Belag kommt Djokovic stark entgegen. Er serviert besser, trifft die gelbe Filzkugel präziser und agiert immer wieder cleverer. Zudem kann sein Kontrahent in Sachen Beinarbeit einfach nicht mitkommen. Im achten Spiel steht es derweil. 15.15 Uhr 21.47 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 5 zu 2 Djokovic unterbricht eine Rückhandcross-Rallye mit einem giftigen Slice der seinen Gegner aus der Fassung bringt. Nach Unforsterras steht es nun 17 zu 6 für Anderson. Derart viele unerzwungene Fehler brechen dem Südafrikaner aktuell das Genick. Nach der kurzen Pause serviert der fünffache Champion zum Satzgewinn. Dabei sind erst 36 Minuten absolviert. 21.45 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 4 zu 2 PUH. Erst ein Doppelfehler und dann ein Unforsteror mit der Vorhand. Schon steht es 30 zu 30 und Djokovic riecht an einer weiteren Break-Chance ein und 20.44 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 4 zu 2. Mühelos donnert Anderson einen sehr hoch abspringenden Ball von der Grundlinie aus unerreichbar links ins Eck. Das Publikum applaudiert zu Recht und auch der Gegner staunt. Wenig später folgt das 30 zu 0, weil der Südafrikaner endlich risikobereiter ist. 21.43 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 4 zu 2. Der 14-fache Major-Sieger bleibt ganz cool und packt unter Druck sein bestes Tennis aus. Einem Kickaufschlag nach außen lässt er eine sichere Kombination aus Vorhand-Long-Line und Inside-Out folgen. Mit dem 40 zu 30 im Rücken sitzt auch beim zweiten Aufschlag der nächste Punkt. 4 zu 2 für den D-Joker, der erstmals nicht ganz unantastbar gewirkt hat. 21.40 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 3 zu 2. Nach 0.15 Uhr liegt der Favorit durch eine verschlagene Rückhand-Cross mit 15.30 Uhr zurück. Kann Anderson nun zu Stetschen und alles wieder auf Anfang stellen. 21.38 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 3 zu 2. Knapp 27 Minuten stehen auf der Uhr. Zwar trennt beide Akteure lediglich ein Break, dennoch macht der Weltranglistenerste den stabileren Eindruck. Bei eigenem Aufschlag hat Djokovic erst ein Pünktchen abgegeben. Dennoch ist natürlich noch alles offen, aber Anderson muss mehr Gas geben und vor allem seinen Aufschlag halten. Dann wird er gleich irgendwann den von Nohle angreifen müssen. 21.36 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 3 zu 2. Na also, es geht doch. Erstmals geht auch dem Wien-Kampion ein Aufschlagspiel sehr leicht von der Hand. Dabei hat er sowohl beim Aufschlag an sich als aber auch am Netz überzeugt. Seine Beinarbeit ist für die Größe beachtlich. Am Ende bringt Anderson das fünfte Spiel zu 15 durch und verkürzt wieder auf 2 zu 3. 21.35 Uhr unterschiedliche Spielstile. Beide Akteure bringen sehr unterschiedliche Spielstile mit. Eine große Stärke im Spiel von Novak Djokovic ist das schnelle Umschalten von Defensive auf Offensive. Er kann sich sehr gut aus der Bedrängnis befreien, etwa mit seiner Vorhand aus dem Lauf gespielt. Seine gewischte Viper vorhand, mit viel Einsatz des Handgelenkes, kommt präzise und mit Druck. Andersons Spiel steht und fällt mit dem Aufschlag. Der 2,03 Meter große Südafrikaner kann aber auch aus dem Spiel heraus gute Bälle setzen. Bei Sprints von links nach rechts geht es mit der Präzision jedoch stark bergab. 21.33 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 3 zu 1 Ohne Mühe und sogar Ohne Punktverlust bringt Djokovic sein zweites Servicegame durch. Das wirkt schon alles sehr, sehr leicht. Andersons muss mehr Druck ausüben, sonst ist der erste Durchgang gleich schon weg. Vor allem sollte er sich aber nicht noch einmal brecken lassen. Dann wird der Weg zu weit. 21.33 Uhr Novak Djokovic, Kevin Anderson 2 zu 1 Der erste Aufschlag bleibt im Netz kleben, aber der zweite Versuch sitzt. Djokovic eröffnet Cross und legt dann sofort mit der Mühle zu. Er jagt Andersons von links nach rechts und profitiert letztlich von einem Fehler des Aufschlagriesen. Er prügelt die Kugel aus dem Lauf mittig ins Netz. 30 zu 0, 21 Uhr 29, Novak Djokovic, Kevin Anderson 2 zu 1 Sein erstes Ass und ein Volley nach einem weiteren guten Aufschlag sichern dem 32-Jährigen das erste Spiel. Der 1 zu 2 Anschluss ist vor allem mental wichtig. Vielleicht kommt der Wimbledon-Finalist nun besser in Fahrt. 21 Uhr 28, Novak Djokovic, Kevin Anderson 2 zu 0 Nohle, steht 2, 3 Meter im Feld und wartet einen Tick zu lange. Dadurch ist der Ball zu nah am Körper und der Serbe verschlägt die Cross-Vorhand zum vermeintlich sicheren 3 zu 0. So geht es wieder über einen Stand, 21 Uhr 27, Novak Djokovic, Kevin Anderson 2 zu 0 Mit einem starken Cross-Aufschlag wehrt Anderson einen Breakball erfolgreich ab und stellt auf einen Stand. Während der Südafrikaner heute sein erstes Halbfinale beim Saisonabschluss bestreitet, ist es für seinen Kontrahenten das achte. 6 von den bisherigen 7 hat der Serbe gewonnen und könnte sich in diesem Jahr seinen insgesamt 6. Titel holen und damit mit Federer gleichziehen. 21 Uhr 26, Novak Djokovic, Kevin Anderson 2 zu 0 Es läuft einfach nicht mehrfach eröffnet Anderson zwar gut, wird dann aber eiskalt erwischt und ist einfach nicht wendig genug. 3 von den Bällen und damit mit Federer die Bälle gut auf den Linien und scheint hier leichtes Spiel zu haben. 15 Uhr 30, 21 Uhr 24, der Schiedsrichter geleitet wird diese Partie vom Portugiesen Carlos Ramos. Der 47-Jährige ist einer der wenigen Golden Slum-Schiedsrichtern, das heißt, er hat alle vier Grand Slum-Finals plus ein olympisches Endspiel geleitet. 21 Uhr 23, Novak Djokovic, Kevin Anderson 2 zu 0 Blitzschnell stellt der Favorit auf 2 zu 0 und hat Anderson zwischenzeitlich ordentlich von links nach rechts laufen lassen. Mal sehen, was der Finals-Neuling noch parat hat. 21 Uhr 22, Novak Djokovic, Kevin Anderson 1 zu 0 Nach einem Service-Winner wird Djokovic von einem unangenehmen langen Return überrascht und muss den Ball beinahe auf den Knien verarbeiten. Zwei Schläge später ist der Punkt big und es heißt, 15 Uhr 15, 21 Uhr 21, Novak Djokovic, Kevin Anderson 1 zu 0 Besser hätte das Duell für die Nummer 1 der Welt nicht beginnen können. Sein Gegner hat nur einen ersten Aufschlag ins Feld gebracht und am Ende der letzten Rallye die Vorhand zu lang gezogen. Der Ball hat zu wenig Trall bekommen und ist deshalb nicht mehr nach hinten runter ins Feld gekippt. 1 zu 0 für Nohle, der einen guten Eindruck macht, 21 Uhr 19, Novak Djokovic, Kevin Anderson 0 zu 0 wieder einstand. Zunächst greift eine weitere Challenge des Serben nicht, dass der Inside-Out klar neben dem Feld gewesen ist. Dann muss Anderson wieder über den zweiten Aufschlag und wird prompt per Vorhand gegen die Laufrichtung ausgekontert. 21 Uhr 17, Novak Djokovic, Kevin Anderson 0 zu 0 Doch die erste Break-Chance wehrt Anderson ab. Sein Service-Game dauert nun schon über 5 Minuten. Das kostet Kraft, 21 Uhr 17, Novak Djokovic, Kevin Anderson 0 zu 0 und da ist die erste Challenge des Abends. Djokovic zweifelt daran, dass die gelbe Filzkugel seine Grundlinie noch berührt hat und er hat vollkommen recht. Der Ball ist gut 1,5 cm hinter der Grundlinie gelandet. Bei 30 zu 40 gibt es den ersten Break-Ball für den Serben, 21 Uhr 15, Novak Djokovic, Kevin Anderson 0 zu 0 bei 30 zu 15 bringt Anderson den ersten Aufschlag wieder nicht ins Feld. Sofort gerät der Südafrikaner unter Druck und setzt einen weiteren Ball ins Aus. Schon früh muss der Underdog beißen und spürt, wie gut der D-Joker drauf ist. 21 Uhr 14, Novak Djokovic, Kevin Anderson 0 zu 0 über den zweiten Aufschlag kommend, verschlägt Anderson im folgenden eine Vorhand. Doch beim nächsten Ballwechsel geht er früh ans Netz und setzt seinen zweiten Volley stark ins rechte Eck. 15 beide, 21 Uhr 13, Novak Djokovic, Kevin Anderson 0 zu 0 und damit rein ins Geschehen. Der einzig ungeschlagene Spieler bei den ATP-Finals retourniert, Anderson schlägt auf. Der Südafrikaner ist übrigens der älteste Finalsdebütant seit den 1970er Jahren, 21 Uhr 6, Münzwurf geht an Anderson. Kevin Anderson hat den Münzwurf gewonnen und sich wenig überraschend für Surf, also auf Schlag entschieden. 21 Uhr 3 Gladiatoren betreten den Court, gleich kann es losgehen. Die Spieler haben soeben den Court betreten und werden frenetisch von der Menge abgefeiert. Nach dem Münzwurf und der obligatorischen Einschlagphase geht es dann rund. Freuen wir uns auf ein spannendes und hochklassiges Match. Viel Spaß, 21 Uhr New York und Wien vs. Majors und Masters vor zwei Wochen konnte Anderson das 500er Turnier in Wien gewinnen und damit seinen einzigen Turniersieg der Saison feiern. Djokovic hat auf seinem erneuten Weg zur Nummer 1 Wimbledon, die US Open, sowie die Masters von Cincinnati und Shanghai gewonnen. 20 Uhr 53 D-Joker hieß back, ich bin sehr froh, das Jahr als Nummer 1 beenden zu dürfen, erklärte der D-Joker, nach der Auslosungszeremonie zum Saisonabschluss. Aber jetzt möchte ich hier in London auch gern den Titel holen, denn ansonsten war mein letztes Endspiel der Saison das verlorene Finale von Paris-Bersey und daran knabbere ich immer noch ein bisschen. Vergangenes Jahr fehlte Nohle, verletzungsbedingt beim Jahresabschluss. In diesem Jahr kommt er mit durchaus breiter Brust und 34 Siegen aus seinen letzten 36 Matches, 20 Uhr 47, Gegner von Zverev gesucht, der Sieger des zweiten Halbfinales bekommt es im morgigen Showdown mit Alexander Zverev zu tun. Bereits am Nachmittag setzte sich der 21-jährige Deutsche mit 7 zu 5, 7 zu 6, 7 zu 5 gegen sein Kindheitsidol aus der Schweiz, Rekordkampion Roger Federer, durch. Er ist damit der erste Deutsche seit Boris Becker 1996 in Hannover, der die Chance auf einen Titel beim Tourfinale bekommt. Damals war Zverev nicht einmal geboren. Ich bin unglaublich stolz, sagte Zverev, dafür haben ich und mein Team so hart gearbeitet. Becker ist noch der letzte Deutsche Sieger beim Turnier der Acht-Saison-Besten. 1988, 1992 und 1995 hatte er triumphiert. Michael Stich setzte sich 1993 in Frankfurt gegen die Besten der Tenniswelt durch 20 Uhr 40. Mit einer Niederlage seit Jahren hat sich der aufschlagstarke Südafrikaner Kevin Anderson in der Weltspitze etabliert. Spätestens seit seinem US-Open-Finaleinzug 2017 und dem Erreichen des Wimbledon-Endspiels 2018 mischt er ganz oben mit. Er 32-Jährige kann sich an diesem Abend für die bittere Dreisatz-Niederlage im Wimbledon-Finale revanchieren. Ende Juni musste sich Anderson nämlich mit 2 zu 6, 2 zu 6, 6 zu 7, 3 zu 7 gegen seinen heutigen Kontrahenten geschlagen geben. In der Gruppe um Dominik Thiem, Kai Nishikori und Roger Federer gab es für Anderson lediglich einen Misserfolg. Und zwar zum Gruppenabschluss gegen Federer, 4 zu 6, 3 zu 6. Zuvor siegte der Aufschlagkrise 6 zu 3, 7 zu 6, 12 Uhr 10 gegen Thiem und 6 zu 0, 6 zu 1 gegen Nishikori. 20 Uhr 3 und 30 makellos ins Finalevin 2012 bis 2015 gewann Novak Djokovic die ATP-Finals gleich viermal in Serie. Auch in diesem Jahr untermauert der inzwischen 31 Jahre alte Serbe seine Topform. Der Weltranglisten-Erste gab im bisherigen Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab und wurde souverän Erster in der Gruppe um Alexander Zverev, Marin Cilic und John Eisner. Bereits in CH2-Matches war der D-Joker für die Runde der letzten vier qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel schlug Djokovic den Kroaten Cilic in nur 95 Minuten mit 7 zu 6, 9 zu 7, 6 zu 2, 20 Uhr 27. Herzlich willkommen, guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen, liebe Tennisfreunde, zum zweiten Halbfinale der ATP World Tour Finals 2018 in London. Hier kommt es zu einer Neuauflage des diesjährigen Wimbledon-Endspiels, Novak Djokovic trifft auf kein Anderson. Los geht es ab 21 Uhr in der 20.000-zuschauer-fassenden O2-Arena. Bis zum nächsten Mal.